Ich bin hier die FIA-Leiterin und meine Mitarbeiterin sagte, sie wären etwas ausfallend zu ihr geworden. Wie bitte? Vielleicht meinten sie das nur lustig. Aber ich kann so etwas nicht durchgehen lassen und deshalb müssen sie den Laden jetzt leider verlassen. Erleck mich. Dieser Laden hier ist ein Ort für alle, versteht ihr? Brüstebildschirmebrauerei. Aber weißt du, unser Konzept bewegt sich eher weg von Brüsten hin zu Bäckchen. Na ja, und das ist so, dass ihr ja etwas weniger anhaben. Es ist, als würde man in Chilis oder Applebee's arbeiten, nur dass ihr hier mehr Trinkgeld bekommt, wenn man weiß, wie es geht. Achtet mal drauf, wie ich meinen Mund beim Lachen aufmache. Das sieht so aus. Hey! Hey, runter da! Wir sind ein Familienbetrieb mit Bar und Grillrestaurant. Komm her, bitte, komm her! Was macht ihr hier? Sie macht aber richtig viel Geld damit. Bitte mach deinen Job. Ich denke, der da drin ist gerade am Kotzen. Sind die Leitungen abgeschaltet? Hey! Hallo? Ich bin hier im Schatten. Was tust du denn da drin? Verlierst du den Verstand? Steig ein und fahr los. Du wirst so oder so nicht abhauen. Du bist ja mit dem Laden hier verheiratet. Ich liebe das Geräusch vom Highway. Ich schließe die Augen und stell mir vor, ich bin am Strand. Du kannst das ja auch gerne bleiben lassen. Ich bin für den Kampf und den Burger hier. Ihr Tussis seid nun wirklich nicht so heiß, dass ihr hier so eine Scheiße habt. Dafür entschuldigst du dich jetzt. Regel Nummer eins, Lisa. Kein Drama. Ich soll also ein paar 20-jährigen Mädels sagen, kein Drama? Du willst mir helfen und dann sagst du mir, was ich tun soll? Der Tag hat mit beiden angefangen und wenn du mich fragst, das lachen jetzt das Beste. Es macht wirklich einen großen Unterschied, wenn sich euer Boss um euch kümmert. Auf, Nisha! Und unsere Schwesternschaft wird immer stärker. Unsere Schwesternschaft! Du bist die Beste und wir lieben dich!